Ciao Belli, Louis hier wieder für euch am Start. Wie geht es euch erstmal? Ich hoffe gut. Mir persönlich alles gut, dank dem Herrn. Und auf jeden Fall habe ich hier die Möglichkeit wieder für euch was vorzustellen. Und ich denke, dieser Duft, der geht an allen Damen da draußen. Das ist ein Lady Sand, kann auch Männer tragen ohne Probleme. Ja, der ist süß, der ist blumig, aber an eine Lady passt der perfekt, Leute. Ich spreche von einem High Quality Nischenduft und zwar aus Frankreich. Mikhailev nennt er sich. Und für mich persönlich habe ich diesen Duft ausgesucht, weil das ist für mich eines der besten Jelang Lang Düfte, die ich je erschnuppert habe. Also der heißt Jelang in Gold von Mikhailev. Leute, der ist Weltklasse, der ist definitiv Weltklasse, das sollt ihr wissen. Das ist, wie gesagt, sehr bekannte Brand, ja. Lang anhaltend, über 6 Stunden, definitiv auf eure Haut, ja. Und er empfaltet auch eine gute Duftwolke hier. Werden auf jeden Fall die Leute, die euch umgeben, sehr viele Komplimente geben. Süß, blumig, hohe Qualität, definitiv, okay. Der ist einzigartig, der ist elegant, ja. Ja, so wünschte ich mir echt, dass eine Lady duftet an einem besonderen Anlass, wenn man sich vielleicht irgendwo trifft oder so mit eurem Freund oder eurem Mann, ja. Und dann könntet ihr diesen Duft weltklasse auftragen, auf jeden Fall. Das ist für mich ein Damenduft, aber kann man auch unisex tragen. Die Ingredienzen sind sehr hochwertig. Honig ist drin, Rose, Magnolie, Minze und Jelang Lang, Leute. Aber das Jelang Lang, auf eine Art und Weise, das Beste, das ich jemals gerochen habe. Toller Duft, ja. Wer weiß, vielleicht komme ich an den irgendwann mal ran oder hole ihn mir, weil der gefällt mir zu sehr. Definitiv. Das war es schon von mir, Leute. Gebt mir Bescheid, wie ihr den Duft, was ihr von dem Duft haltet, falls ihr ihn schon kennt. Vielleicht habt ihr ihn auch schon. Oder, wenn nicht, guckt, wie gesagt, in der Community nach. Da kann das auf jeden Fall gut möglich sein, dass ihr ein oder zwei Milliard bekommt. Günstig sind die nicht, ja. Das ist ein Nischenduft, aber für ein paar Euro kann man auf jeden Fall dann hier mit diesem wunderbaren Duft mit der Nase erschnuppern. Das war es schon von mir, Leute. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und stay tuned auf meinem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, belli.